Hier flaniert Berlin im 25-Hour-Berlin-Bikini-Hotel, das YouTube komplett einfach mal gebucht hat für drei Tage, denn hier findet die YouTube Creator Summit statt. Dreitägige Veranstaltungen mit Vorträgen von YouTube für ihre Creator, also YouTuber. Und Bram und ich sind auch da. Da ist er. Bram hat sich gestern wehgetan. Wie ist das passiert? Ich war gestern das zweite Mal bouldern in meinem Leben. Und falls die nicht wissen, was es ist, es ist Klettern in kurz. Ja, jetzt kann man ein eigenes Video dazu erklären. Und ja, ich war dumm und habe halt versucht, mich krampfhaft festzuhalten. Und was hast du jetzt? Ein Sehnenkopf Anriss am Bizeps, am unteren Bizeps. Ach, da brauchen wir einmal Sport, ist er kaputt. Aber jetzt machen wir unsere Lieblingsbeschäftigung, nämlich chillen und Leuten beim Arbeiten zugucken, die da vorne irgendwas machen, keine Ahnung wann. Nein, eigentlich treffen wir uns hier, um mit den Bussen jetzt rüberzufahren zur Creator Summit. Ja, warum fahren die nicht bis hier? Ja, das ist doch mal eine gute Frage. Kommt schon, wir sind Top Creator. Hier sind ja alle Deutschen großen Top Creator. Und Rewe ist auch da. Den sehen wir so wahrscheinlich. Der ist leider gerade nicht da. Der Bus holt uns ab, der Bus holt uns ab. Guck mal, wer alles da ist. Ist mal bis noch mit dabei. Ja, und da habe ich ja schon gesagt, schlimm. Aber Felix ist auch da, das freut mich. Und Pallo ist auch da, das freut mich ebenfalls. Pallo sieht auch richtig glücklich aus. Du hast Bock, oder? Ich bin Tant. Ja, sehr gut. Ich bin Pallo. Wir haben unseren Bus gefunden. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer, Busfahrer. Nein, ich setze mich hier hin. Fensterplatz. Wo sind wir angekommen, Felix? Wir sind angekommen bei der Botschaft der Tschechischen Republik. Ach. Der Busfahrer hat sich verfahren. Das war gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei uns tatsächlich. Weil Kimi Räikkönen angekündigt hat aufzuhören bei Ferrari. Und direkt danach die Meldung kam, dass er bei Sauber weiterfährt. Bram, was sagst du dazu? Kimi Räikkönen hat bei Ferrari auf. Ich finde das super schrecklich, dass Kimi Räikkönen und Alonso gleichzeitig auffahren. Nee, Räikkönen bleibt bei Sauber. Der geht zu sauber jetzt noch zwei Jahre. Ich finde immer noch, dass Kimi Räikkönen anhört wie irgendwas, was du dir im schwedischen Schwulenpuff kaufst. Okay, danke für die Meinung. Okay, wir sind falsch. Haben wir gerade festgestellt. Blick dann hier, Peter. Wie kann das sein? Du hast wieder deinen Politik-Shit gemacht, Peter. Und jetzt sind wir an der tschechischen Botschaft. Was auch immer hier passiert ist, ist dann nicht richtig. Was bitte, Ina? Wir müssen zurück in den Bus. Okay, dann gehen wir zurück. Einfach nur für die Vlogs macht er das, oder? Damit wir auch was zu erzählen haben. Damit irgendwas passiert. Der Titel, wir verfahren uns in Berlin. Oh mein Gott. Ja. Okay, jetzt sind wir irgendwo abgesetzt worden. Müssen aber trotzdem noch laufen. Wo ist hier die Logik? Leider in der tschechischen Botschaft. Das ist die Botschaft des Kronen. Genau, aber jetzt sind wir dafür. Ein Bundesministerium und der Finanzministerium. Das ergibt alles keinen Sinn, was hier passiert. Ich wollte doch kurz Geld abheben. Und jetzt sind wir drin. Was ist jetzt schon wieder los? Wrong stop then. Gar nichts. Ich bin leider keine seriöse Person. Sorry, what did you need? Das ist okay. Gar nichts. Okay, sehr gut. Verdammt jetzt. Geil. Guck mal, was für eine coole Location, Bram. Also ich musste nochmal, jetzt meine Tasche musste kontrolliert werden. Und dann hat er mich gefragt, also meinte er so, ja aus welchem Hotel ich werde. Dann habe ich das aus dem Bikini Hotel. Im Bikini Bottom. Ja, und dann sagte der, ach so, ja dann, da sind sie sicher im Dücken rein. Und wieso hat die eine mich dann wieder zurückgeholt? Ja, weil die dachte, dass du nicht aus dem Hotel bist. Was soll ich denn? Ich finde gut, die Location sieht danach aus, als könnte man hier gut Vorträgen lauschen. Ja. Wir waren leider so spät, wir haben keine guten Plätze mehr. Wir sind die letzten. Aber wobei, die coolen Kitzel sind immer hinten. Also von daher passt das. Wir müssten eigentlich stehen, um die Leute da vorne richtig erkennen zu können. Stummi und Revi und so, die waren schnell genug. Keine Ahnung. Wir waren zu blöd. Aber davon haben die, glaube ich, keinen Kaffee. Kurze Pause wieder. Wir haben interessante Talks gehört. Aber Bram ist schon direkt wieder bei den süßen Sachen da. Sehr beeindruckend, die Geschichten, die hier teilweise erzählt werden. Aber Kameras sind aus wegen der Summit. Damit man so offen wie möglich sein kann. Das ist schon echt spannend. Also ich habe hier schon viel gelernt. Ja, ich habe jetzt den Aluhut auf. Das ist unfassbar interessant hier. Und ich bin froh, dass das noch ein paar Stunden geht. Und ich brauche mir noch weitere Vorträge. Aber es ist so cool, man waren diese Musikeinlagen. Und das ist wirklich persönlich nicht. Ja, ich freue mich auch nicht. Aber diese Geschichten oder Erfahrungen, die wir gemacht haben in Gafon. Gerne mehr. Es war cool, mit Nico Rosberg Mittag zu essen. Weil der war zufälligerweise auch hier. Und wir wollen demnächst noch ein cooles Projekt starten. Jay ist nicht dabei, bei dem zu essen. Er kann da nicht mitmachen. Aber hier, wir lernen viel. Aber jetzt gibt es typisch deutsch, süße Brezeln. Whatever. Süße Brezeln typisch brezeln? Nein, natürlich nicht. Das ist ja der Witz an der Sache. Du bist aus dem Berliner in einer Brezelform. Jo, ich glaube, sowas ist das auch. Ja, wir checken das mal ab. Was für ein abgefahrenes Hotel das hier auch ist. Alles ist dunkel. Du hast nur diese Neonschilder, die quasi sagen, wo dein Zimmer ist. Und mein Zimmer ist die 700... Äh, nee, 713 meine ich natürlich. Das zeige ich euch mal ganz kurz, weil das ist echt so ganz cool. Weil das ist hier so eine Art Designerhotel, wie man es halt kennt. So. Das ist der Ausblick. Hier ist mein ganzes Stuff. Hier hast du quasi so ein offenes, offenes High-Händewasch-Ding. Hier ist die Dusche da hinten. Und hier ein eigener Raum fürs Klo. Finde ich eigentlich immer ganz geil. Aber das Wichtigste ist wirklich die Aussicht über den Tiergarten. Also über den Berliner Zoo. Guck mal da unten. Da unten sind Affen. Glaube ich zumindest. Was wir hier haben, das war so ein bisschen ein Begrüßungsding. Wunderschön, muss ich auch sagen. Ist hier so eine Box. Die haben wir gestern schon bekommen, aber ich habe extra nicht reingeguckt, damit ich das sofort mal filmen kann. Aber dafür muss der Bram vorbeikommen. Okay, er ist da. Dein Zimmer ist größer als meinst, was du mir gerade erzählt. Ja, deutlich. Wie gesagt, ich habe hier noch so eine... So ab hier. Nochmal genauso breit. So eine Matratze mit so ganz vielen so Rollenkissen, nenne ich sie mal. Perfekt für Gangpanks. Okay, was haben wir hier drin? Okay, jetzt geht los. Es ist ein Pullover. Boah, ne, so sehen wir nichts. Achso. Moment. Ich glaube, das ist sogar groß genug für mich. Voll geil. Alter, was gibt es denn hier alles? Wollte ich mich verarschen? Hübs. Das ist quasi Echo in Klein. Ja, ich habe in meiner Wohnung schon drei Echos. Was mache ich jetzt? Lass ich die betteln? Was machst du mit drei Echos? Äh, für die unterschiedlichen Räume. Weil das, wenn er dem sagt, Alexa, und dann macht er irgendwas. Das wäre witzig, das muss ich mal ausprobieren. Also wird mal ausprobiert. Danke dafür. Versa Fine brings out the finest details. What the fuck ist das zum Schminken? Leute, das ist ein Stempel. Moment, Moment, ich muss nochmal zeigen. Ja, jetzt haben wir einen. Man sieht ein negatives Konterfei. Ja, warte mal. Ich dachte schon, das wäre zum Schminken. Aber das ist dann ja tatsächlich was Cooles, weil dann können wir überall unseren Stempel draufdrücken. Aber ich stelle mir das vor, wie Jochen Busse damals in Das Amt auf RTL kennt. So, abgelehnt. So, wie kriegt man, ist das schon? Das sieht gut aus, hör mal. Das war noch nicht so gut. Das war nicht so gut. Nochmal. Abgelehnt. Das ist auch nicht so gut geworden, Moment. Na, schmierst ein bisschen. Abgelehnt. Hey, what the fuck? Ja, kann man machen. Hier ist noch ein Zettelchen. Oh ja, Moment. Der Fokus hat gar keine Schnitte gegen uns. Jetzt haben wir wieder. Alter, das ist eine Bedienungsanleitung. Wie benutzt man einen Stempel? Wie blöd halten die YouTuber eigentlich? Hast du aber auch so rausgefunden. Ja, nach dem dritten Versuch oder so. Dann haben wir den Fokus Shot for more concentration. Alter, das soll ich trinken? Könntest du den jetzt? Ja, klar, ich will den jetzt. Schmeckt gekühlt am besten. Ist jetzt nicht gekühlt. Aber whatever. Schmeckt, riecht wie Medizin. Ist ja auch. Oh, das ist aber bitter. Ist halt so ein Magenbitter oder sowas. Mit Energy. Das ist ja ekeler. Okay, danke YouTube dafür. Dann hier Weiterwerbung. Deutsch seit 1883. Germany since 18... Ja, okay. Du bist ein Stift. Das ist halt ernsthaft ein Stift, oder? Das ist ein Bleistift. Okay, danke schön YouTube dafür. Bleistift, Alter. Okay, was haben wir hier? Alkoholfrei Berliner Bär. Feine, alkoholfreie Pralinenmischung mit Marzipan, Walnuss, Pistazien-Nougar, Trüffel-Krokant und Blätter-Krokant. Das klingt ganz schön snobbig. Das klingt ganz schön snobbig. Ja gut, damit haben wir es mit der snobbigen Präsentation. Ja, probiere ich das doch mal. Moment. So wichtig sei jetzt auch nicht, dass die die Matsche sehen. Klar, die müssen ja sehen, was da drin ist. Wäre eigentlich so der Pralinenfreund. Oh, das ist ein Voucher. Genau, da gibt es den Voucher für den Batch, den ich meinte, ich habe das vergessen. Aber der Pick-up für die Batch, Bags, 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 ja. Ist das morgen früh, Bags, 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 Junge. Das ist morgen früh oder heute Abend, ich weiß nicht genau. Ach, das ist heute. 18.30 Uhr at the F-Wall ab 18.30 Uhr. Können wir uns so eine Tasche holen. Dann haben wir hier leere Karten. Wäre auch scheiße, wenn er schon mal drinstehen würde. Oh, da kann ich das stempeln drauf. Dafür ist das bestimmt gedacht. Kann ich was draufschreiben mit meinem Bleistift? Und dann kann ich das draufstempeln, mit meinem Stempel. Und dann packe ich das hier rein und dann schicke ich das weg. An die Kanzlerin. Angie, kaum stand. Und dann haben wir hier noch ein Berlin-Buch. Vielleicht. Ich brauche mal ein Schafes. Warum hol da einen Pimmel drauf? Ja. Ja. Hättest du noch fünf Minuten gewartet, hätte ja Energy-Dink gewirkt. Und dann hätte es halt ohne Problemshausen. Ich habe mich ausgerissen. Das willst du aber auch nicht zerstören. Oh, es ist ein Bleistift. Ja, verdammt das Scheiße. Das ist ein fucking Block, oder was? Das Schlimmste ist, ich wusste es ja schon. Weil ich habe doch gestern Abend schon ausgepackt alles. Aber deswegen habe ich aber nichts gesagt. Oh, ein Berlin-Buch. So, das ist ja schön. Vielen lieben Dank, YouTube. Ich packe das jetzt alles hier schön ein, wieder. Riechst du das auch? Ja, auch. Irgendwas riecht dir? Ach so, die sind hier gerade am Hardcore-Designen und sowas. Nein, wir wollen aber so eine Tasche. Wir wollen so eine Freilachstasche. Die sind aber ganz schön... Hochwertig. Weiß ich nicht, das sieht aus... Wie... Lass mich die kurz anfassen. Okay, hi. Wie funktioniert das jetzt hier? Wir haben hier solche Dinger. Genau. Ich habe auch eins. Hier gebt ihr uns und dann könnt ihr euch noch... Eine aussuchen? Geil. Dankeschön. Ich habe auch am Anfang... Die riechen nicht so. Ne, ist das, glaube ich. Ich habe auch tatsächlich... Ich finde, glaube ich, die grau-rote mit am coolsten. Ja. Scheiße. Jetzt noch eine. Ja, aber die hat ein etwas dunkleres Rot, was ich auch nicht verkehrt finde. Aber wir sind natürlich... Ich muss hier mal ganz kurz abchecken, was ich so kann. Wir sind ja auch Pizmieter, also eigentlich müsste ich auch eine grüne mit dabei nehmen. Aber die sehen alle dreckig aus. Ich glaube, das ist der Look. Ich glaube, das ist einfach der Stil, ne? Ich bin halt da nicht so drin. Also, wie ich gerade erfahren habe, kommen die ja wohl aus Hamburg oder aus Zürich? Ne, die kommen aus Zürich. Das habe ich ja schon vorgelesen. Okay, während Bram dann noch kämpft, schaue ich mal weiter, welche Farbe ich habe. Dann hast du es geschafft, ja? Ja, das geht. Okay. Aber geht das auf? Okay, meine geht nicht auf. Und das ist zu. Für immer. Tja, man kann nicht alles haben. Ja, ohne Spaß. Man, das ist wirklich zu. Du schreibst dazu ab, wie den Träger von dem BH über die Schulter fangst. Ah, und dann kannst du quasi die Tüte aufmachen. Und da ist dann alles drin? Aber, ich weiß immer noch nicht, ob das geil ist oder müh. Ich nehme die Grüne. Ich fühle mich schon stylisch, muss ich sagen. Wieso hast du da nicht so geil um den Rücken geschnallt, jo? Okay, da sehe ich mich. Ja, da sehe ich dich nämlich. Guck mir an. Das war nichts mit Pokémon fangen. War scheiße. Hatten keine Pokémon. Aber dafür sind wir essen gewesen, was auch gut ist. Jetzt noch schnell Absolute Raid. Hoffentlich. Drei, zwei, eins. Let's go. Absolute gefickt. Was denn? Fick die Schlampe in den Arsch. Fick die Schlampe in den Arsch. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Okay, so asozial würden wir jetzt aber nicht mehr. Und wisst ihr, was das Ganze ist? Ich bin der Einzige, der einen Shiny hat. Das siehst du jetzt noch nicht. Natürlich sehe ich das. Nein. Natürlich hier. Das siehst du erst mal an dem Fangbildschirm. Weil wir Freunde sind. Wir haben nämlich, glaube ich, auch Pokémon. Weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. So werden ein Shiny. Freundschaft haben wir, glaube ich, wir haben es totgefüllt. Sechs Sonderbombons. Wow, geil. Wow. Wow. Ich auch. So, wir fangen jetzt hier. Ich hatte noch kein Absolute, by the way. Voll geil. Neues Pokémon im Pokédex registriert. Das ist schön. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Wie gut ist das bei dir? Keine Ahnung, ich muss einen Walmer fangen. Ist auch egal jetzt. Bram muss scheißen. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel. Was soll ja noch ein Jaunein.